Nacka Bernhard ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin. Leben Nacka Bernhard spielte für den VfL Sindelfingen und den FSV Frankfurt. 1995 und 1998 wurde die Defensivspielerin mit dem FSV deutsche Meisterin. 1994 und 1995 gewann sie mit der Auswahl Hessens den Länderpokal der Frauen, 1995 gewann sie als dritten Titel den DFB-Pokal. Ihr erstes von 47 Länderspielen mit der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft bestritt sie 1991 gegen China. Auch ihre beiden letzten Länderspiele bestritt sie 1997 gegen die chinesische Nationalmannschaft. Ihr einziges Tor erzielte sie 1995 beim 6 zu 1 gegen Brasilien. Bei der Europameisterschaft 1992 wurde sie mit dem deutschen Team Vierte 1995 Europameisterin und Vize-Weltmeisterin. 1996 nahm sie an den Olympischen Spielen teil. Nach ihrer aktiven Karriere trainierte sie den FSV, später die Studentinnen-Nationalmannschaft. Von 2003 bis 2011 arbeitete Bernhard als Jugendkoordinatorin bei Hertha BSC. 2009 absolvierte Bernhard als Zweitbeste die Ausbildung zum Fußballlehrer hinter Holger Stanislavski. Seit dem 1. März 2011 ist sie Trainerin der deutschen U16 und U17 JuniorInnen. Am 29. Juni 2012 konnte die von ihr trainierte U17-Mannschaft die U17-Europameisterschaft gewinnen. Nachdem sich die Mannschaft für die EM 2013 erstmals nicht qualifizieren konnte, gelang im Dezember 2013 der erneute Titelgewinn bei der vorgezogenen Endrunde, wodurch sich die Mannschaft auch für die U17-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2014 qualifizierte.